Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von KenUp. Mein Name ist Kuko und in diesem Tutorial geht es um das Nervensystem. Bevor wir loslegen, möchte ich euch gerne einen kurzen Überblick zu den Inhalten des Tutorials geben. Wenn wir über das Nervensystem sprechen, müssen wir zunächst einmal definieren, was das Nervensystem überhaupt ist und welche Besonderheiten die Nervenzellen aufweisen. Danach schauen wir uns die Unterteilung in das zentrale und das periphere Nervensystem an. Um das Ganze in einen klinischen Kontext einzubetten, schauen wir uns auch ein paar klinisch relevante Fakten an. Wir werden dann auch dieses Tutorial mit einer kurzen Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte abschließen. Lasst uns also loslegen und zunächst einmal definieren, was das Nervensystem eigentlich genau ist. Es handelt sich bei diesem System um ein Netzwerk aus Nervenzellen und Fasern, das sich durch den gesamten Körper zieht. Auf diese Weise können Informationen in Form elektronischer Impulse durch den ganzen Körper geleitet werden. Das Nervensystem stellt also ein Kommunikationssystem des Körpers dar und ist damit ein essentieller Teil des menschlichen Körpers. Ohne die Nerven würden Informationen bzw. Reize nicht weitergeleitet werden und wir wären nicht in der Lage, uns zu bewegen, unsere Umwelt wahrzunehmen, auf sie zu reagieren, Emotionen zu fühlen oder Gedanken zu formen und Entscheidungen zu treffen. Auf unserer Abbildung seht ihr die Nerven in gelb dargestellt. Im Laufe dieses Videos werde ich die Nerven, die ich euch vorstelle, immer wieder in grün markieren, um euch die Orientierung zu erleichtern. Das Nervensystem ermöglicht es uns also, unsere Hände zu bewegen, das Gesicht zu verziehen oder Speichel- und Tränenflüssigkeit zu sezernieren. Selbst Organe wie zum Beispiel das Herz, die Lungen oder unsere Verdauungsorgane sind auf Impulse des Nervensystems angewiesen. Diese vielfältigen Funktionen fordern ein komplexes Netzwerk an neuronalen Verbindungen. Ohne dieses System wären wir nicht überlebensfähig. Das Nervensystem besteht aus zwei Anteilen. Dem zentralen Nervensystem, das auch als ZNS abgekürzt wird, und dem peripheren Nervensystem, kurz PNS. Auf diese beiden Anteile gehe ich gleich noch etwas näher ein. Jetzt, da ihr einen groben Überblick bekommen habt, lasst uns etwas tiefer in das heutige Thema eintauchen und uns die Grundeinheit dieses neuronalen Netzwerkes anschauen, die Nervenzellen. Hier habe ich eine Nervenzelle, ein sogenanntes Neuron, dargestellt. Es ist charakterisiert durch ein Axon, einen Nervenzellkörper, der auch als Soma bezeichnet wird, und die Dendriten. Bei den Dendriten handelt es sich um baumartig verzweigte Fortsätze, die Signale in Richtung des Somas leiten. Das Axon hingegen dient der Weiterleitung der neuronalen Signale zu anderen Zellen. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Schau dir jetzt das vollständige Video auf canhub.com an. Für unsere Canhub Premium-Mitglieder stehen noch viele weitere Videotutorials, spannende Quizze, ausführliche Artikel und professionell erstellte Atlas-Illustrationen bereit. Also, klicke auf den Button in der Mitte, um das Video in voller Länge zu sehen und meistere die menschliche Anatomie.